servus glück auf und herzlich willkommen zu weiteren fc bayern talk ja leute sechster bundesligaspieltag 2 zu 2 zu hause gegen den vfb stuttgart das ergebnis geht völlig in ordnung in meinen augen wir haben das spiel selber verloren wir haben eine sehr sehr schlechte leistung gezeigt nagelsmann hat auf ganzer linie versagt in meinen augen es haben spieler über 90 minuten gespielt die unterirdisch schlecht waren es haben spieler über 70 oder 80 minuten gespielt die unterirdisch schlecht waren wir reden von der breite eines kaders die wir haben dann nutzt man sie nicht erste halbzeit war ja erste halbzeit waren wir spiel bestimmt ja okay aber es war alles quer und nach hinten wir haben keinerlei zug gehabt wir spielen zu hause ausverkauftes haus derby gegen vfb stuttgart die fans geben 110 prozent um wir spielen angsthasen fußball muss man so sagen wir haben nur nur verwalten gespielt weiß ich nicht mit einer einstellung gefühlt so ja wie spiel man mit 60 prozent wird schon reichen gegen vfb stuttgart nein reicht nicht die überheblichkeit wurde heute zu recht bestraft in meinen augen erste halbzeit haben wir nicht mehr ein ball versucht irgendwie die tiefe zu spielen oder mal geschwindigkeit aufzubauen kimmich hat jeden ball nach hinten und quer gespielt koretzka dasselbe von sie dasselbe es war absolut grausam sich das anzugucken es war super langweilig nach drei auswärts spielen ja ich erwarte wenn wir zu hause spielen gerade gegen eine mannschaft wie dem vfb stuttgart dass du die ersten 30 minuten die platt rennst ja so dann steht 20 30 dann kannst du von mir aus fünf gänge zurückschalten es ist dasselbe wie es im letzten video gesagt habe wir können dieses dumme scheiß verwalten fußball können wir einfach nicht spielen das haben wir heute wieder gesehen da muss man aber ganz klar mal sagen wenn das der anspruch ist eines fc bayern münchen dass wir zu hause die versuchen die letzten 15 bis 20 minuten mit nachspielzeit das ding irgendwie zu verwalten und über die uhr zu schaukeln ja was okay ist wenn das so unser anspruch ist ja aber da muss ich dementsprechend wechseln ja da muss ich in offensiven raus rausnehmen und bringen sabitzer rein zum beispiel in defensiven ein bisschen die defensive stabilität bringt das ist gar nicht passiert wir haben offensiv rumgewechselt und haben nicht mehr offensiv fußball gespielt nein jeder ball den wir bekommen haben haben wir gar nicht versucht in die spitze zu spielen also dann weiß ich nicht ja deswegen sage ich nagelsmann komplett auf ganzer linie versagt das zwischen zwei ströchen krachern in der chemins sieg zwischen inter meiland und barcelona und gerade jetzt auch auf findig auf barcelona dass man da vielleicht ein bisschen gehemmt unterbewusst reingeht in so ein spiel gegen den vfb stuttgart kann ich alles nachvollziehen gar keine frage dass das alles zeit braucht mit den vielen wechseln die wir hatten obwohl ich die die neu reingekommen sind zum großen teil gut fand das hat ein bisschen dauert so 20 minuten anlauf phase ist auch normal gar keine frage nichtsdestotrotz kann man in den ersten vier stunden mal ein bisschen andere einstellungen und anderes tempo an den tag legen und dann auch die erste halbzeit komplett war es war halt stinklangweilig so ab der film dreißigsten ja wo wir das tor gemacht haben da wurde es ein bisschen besser auch vorher so fünf minuten sagen wir mal ab der 30 minute wurde es ein bisschen besser zweite halbzeit haben wir dann gute zehn minuten gehabt und das war es ja wo wir das gegentor gekriegt haben hat man gesehen so ja wenn die mannschaft will kann sie wir haben schnell gespielt wir haben die räume genutzt wir haben guten fußball gespielt wir haben das zwei zu eins gemacht und haben das fußball spielen wieder mal eingestellt haben uns dann so gedacht ja 60 2 1 ach ja alles gut schaukeln wir schon nach hause gehen auf die stuttgart dass das zurecht in die hose ging ja absolut verdient ja absolut verdient wir haben heute keinen sieg verdient gehabt ich erwarte ein anderes auftreten von unserer mannschaft zu hause dabei ist das egal wer da als gegner steht ja das ist mein fazit wir gehen jetzt mal kurz ich habe keinen bock heute hier irgendwie groß noch weiter tiefer rein zu analysieren wir gucken uns mal die statistiken an obwohl die mich eigentlich auch relativ wenig interessieren aber wir werden halt auch sehen wir werden halt auch sehen dass wir auch von der stadt von den statistischen werten nicht wirklich stark waren es gibt noch nicht mehr als gibt auswechslung der spiel infos zuschauerzahl mehr gibt es nicht oder was naja ich würde wahrscheinlich auch hier keine statistiken zeigen wir haben nicht viele torchancen gehabt ja wir haben wieder viele halbdinger gehabt die wir damit er nicht zu ende gespielt haben gut schenken wir uns die statistiken werden werden uns nicht angezeigt ist aber auch nicht tragisch wurde wir haben drei ecken gehabt oder sowas wir haben jetzt kein offensiv feuerwerk abgebrannt wir haben generell mit sehr sehr wenig einsatz gespielt abgesehen von zwei drei spielern hat man auch eine entstehung des des tors gesehen was von sie da spielt ist einfach rotze ja da würde ich den musea sogar komplett rausnehmen aus dem ding man kann einfach nicht so ein ball da hinten spielen also das ist lächerlich aber ist natürlich auch darauf gegründet dass wir die ganze zeit da so ringel pits mit anfassen spielen und ja habe ich nicht wirklich gefühlt wie gesagt es war ein super schlechtes spiel von uns egal auch wenn wir das spiel zwei zu eins gewonnen hätten hätte ich das gesagt wie gesagt ich habe es am ende den dem vfb stückler gegönnt weil so eine leistung die wir gezeigt haben muss bestraft werden dass es anders geht haben wir in den ersten drei spieltagen gezeigt seitdem die englischen wochen da sind hat man so das gefühl so ja alle haushalten wir spielen irgendwie sowieso bis fußball ja keine ahnung dann gibt wenigstens die erste halbzeit vollgas weißt du aber selbst das lassen wir jetzt schon sein also ja von daher für mich verdiente geschichte ich würde ja gerne mal auf die auf die spieler kurz eingehen aber bevor ich da jetzt jemanden vergesse muss ich mir jetzt erstmal eine andere seite suchen wo ich mal die aufstellung sehe ja wir können ja schon mal anfangen mit dem neuer ja eigentlich hat der neue nichts zu tun gehabt aus der bälle aus der kiste rauszuholen elfmeter konnte der neue noch nie halten irgendwie da hat der speckle aber den elf war der war auch super gut geschossen zwar nicht ganz so platziert aber halb hoch da ist sowieso immer immer schlecht mithalten gut ich mache ganz kurzen cut und dann geht es gleich weiter mit der spielerbewertung so da ist er wieder bevor wir zu den spielern kommen was ich noch sagen wollte ja heute hätte man erste halbzeit auf jeden fall die diskussion diskussion führen können von wegen einen richtigen neuner auf platz haben ich denke das hat man heute gesehen dass der vielleicht ein bisschen anders agiert hätte aber es ist ja auch nicht so dass wir keinen spieler haben ja wir haben einen chupo auf der bank gehabt den hätte man natürlich auch mal von anfang an aufstellen können oder spätestens um jetzt mal den übergang zu den spielerbenotungen zu zu bringen spätestens zur halbzeit hätte man den knabry auswechseln müssen was knabry heute gespielt hat war einfach schlecht ja ich will noch nicht mehr sagen dass das dass das gewollt war oder sowas es war super unglücklich er hat nicht ein pass mal zum mitspieler gekriegt nicht einen jede aktion die er hatte war ein ballverlust nicht ein gewonnener zweikampf gar nichts wirklich absolut null warum man so ein spieler dann so lange spielen lässt verstehe ich nicht ganz ehrlich dasselbe müller müller war total ausfall neben knabry total wie würdest du vorne chancen kreieren wenn zwei vorne komplette ausfälle sind der einzige lichtblick war der tell auch muss ja der erste halbzeit richtig schlecht zweite halbzeit hat er sich reingebissen kann man von müller und knabry nicht behoben die hätte man beide auswechseln können ja und schon viel viel eher auswechseln können ist doch nicht so dass wir nicht die spieler haben nein dann bringe ich den mann zehn minuten vor ende und dann spielen wir nicht einen ball mehr gefühlt in die gegnerische hälfte rein what the fuck dann schenkt ihr den wechsel dann nehmen knabry raus und bringt sabitzer und mach hinten dicht so alles gut dann musst du den halt dreckig nach hause fahren wenn du das meinst aber ansonsten wenn man so wechselt muss man auch nach vorne spielen ja dann kann es nicht sein dass irgendwelche spieler auf dem platz entscheiden wie ein kimmich oder sonst wer nee ich spiele jetzt kein ball mehr nach vorne das geht nicht also entweder gibt es da eine klare ansage vom trainer dass wir halt noch weiter nach vorne spielen auf das 3 1 gehen was die wechsel in meinen augen impliziert haben sonst hätte ich nicht noch ein mann gebracht ja und sané ja sind nun mal beides offensive und keine defensiven die hinten dicht machen so aber dann denkt sich die hälfte der mannschaft ach nee das machen wir jetzt nicht wir spielen nicht auf ein 3 1 wir spimmeln hinten rum was wir nicht können was wir schon gegen inter gesehen haben da haben wir das glück gehabt dass inter nicht nicht das spielglück hatte das muss man mal ganz klar sagen ich habe es da schon gesagt ich saß es wieder es war oder wir können das halt einfach nicht wir können das einfach nicht man hat es doch heute ganz klar gesehen wir können es nicht spiel doch nach vorne macht doch das 3 1 und dann ist doch gut das ding ja ich meine es war ja auch nicht so dass wir nicht noch die chancen hatten jemand denkt nur an knabry aber was willst du verlangen der typ war 75 minuten die auf dem platz war note 6 unterirdisch jetzt nicht einen ball zum mann gekriegt er hat nicht ein zweikampf gewonnen wie soll er jetzt das selbstvertrauen haben um den einfach mal reinzuschieben kann er gar nicht so er hätte schon längst auswechseln müssen müssen wirklich müssen es war unterirdisch schlecht gut bevor ich ganz eskaliere ja fangen wir an neuer neuer will ich bei einer 3 sehen da war nichts gut nicht schlecht davis würde ich bei einer 4 sehen ja ich habe ihn letztes mal noch verschont obwohl auch schon viel licht und viel schatten war aber wenn man das tor so verschuldet und ansonsten hat er auch noch zwei drei aktionen habt die richtig schlecht waren fairerweise muss man sagen dass er aber auch drei vier gute aktionen hatte aber auch zwei drei dumme ball verluste vorne da anstatt den ball einfach mal quer zu legen oder sowas also sehr durchwachsen ja normal ist meine drei minus geben aber letztes mal war ich human heute bin ich mal nicht human heute bewerten wir mal knallhart von sie will ich eine vier geben der licht hat mir eigentlich sehr gut gefallen ja den elfer kannst du geben logisch keine frage unglücklich kann man nicht kann man nicht wirklich viel machen ansonsten hat er mir sehr gut gefallen hat auch zwischendurch noch versucht mit nach vorne was zu machen anzutreiben aber irgendwie wollte die mannschaft halt nicht mehr wirklich würde ich bei einer guten drei sehen upa habe ich wird auch gesehen auch gut gesehen hat auch nicht irgendwie so wieder so ein bock drin gehabt was er sonst hatte würde ich auch bei einer drei sehen mats ruhig hat mir eigentlich sehr gut gefallen habe ich auch nicht verstanden warum er ausgewechselt wurde war gut eingebunden ins spiel hat auch ein bisschen was versucht nach vorne nach hinten auch nicht wirklich fehler drin gehabt man ist erachtens nach würde ich auch bei einer drei sehen kimmig würde ich heute auch bei einer vier sehen kimmig war gerade erste halbzeit unterirdisch schlecht verstehe ich nicht verstehe ich verstehe ich das argument zu sagen kimmig spielt immer kimmig war schlecht er war einfach schlecht mein gott das ist doch auch nicht schlimm ja es ist dass wir sind das sind um alles keine maschinen aber ist doch nicht so dass wir keinen keinen ersatz haben wir haben sabitzel eine super format wir im gravenberg er lasst den kimmig doch mal draußen fertig wo ist das problem er wirkte komplett nicht auf der höhe komplett die erste halbzeit war unterirdisch schlecht der zweite halbzeit hat er damals zwei drei bessere akzente setzen können aber der rest war auch schlecht es war einfach ein schlechtes spiel von kimmig punkt man hat man sieht das immer daran dass er nicht einmal nach vorne spielt das hat er heute nicht getan und erst recht nicht da wo es hätte sein müssen wenn zwei eins steht stuttgart kommt ja da musst du die bei jedem ballverlust musst du die zerlegen da musst du die auseinandernehmen da musst du den ball stahl in die spitze spielen nein wir treten auf den ball gucken uns um und spielen den ball hinten rum also kimmig vier damit ist er in meinen augen noch gut bedient kuretzka erste halbzeit genauso schwach wie kimmig also wir waren erste halbzeit was von der sechser und achter position kam total ausfall zweite halbzeit war kuretzka gut kuretzka hat gut getan die spielzeit da hat sich das ausgezahlt dass man ihn nicht ausgewechselt hat zweite halbzeit war er echt gut hat viele ballgewinne gehabt auch erste halbzeit hatte einmal gut die zwei zweikampfführung war gut hat dann auch versucht zwischendurch anzutreiben aber da war auch gar nicht der platz dann da war auf jeden fall erste halbzeit auch schon besser wie ein kimmig fand ich zweite halbzeit war war leon echt gut hat mir sehr gut gefallen würde ich bei einer zwei sind mattis tell fand ich auch sehr gut ich fand es genauso schade wie beim king ich weiß auch nicht was diese taktik soll sage ich euch ganz ehrlich die ersten drei spieltage haben wir diese taktik nicht gefahren da haben wir durch die mitte gespielt haben kombiniert jetzt ist es so dass wir außen einfach hungern lassen er der auf der rechten seite spielt wird außen stehen gelassen und wird verhungert und das wird ein kinsley coman oder ein mattis tell einfach nicht gerecht die sind 80 prozent des spiels kleben die da außen kriegen keinen ball oder kriegen ball gemacht spielen dann rückpass weiß ich nicht verstehe ich nicht warum nimmt man unsere stärke die wir die ersten drei spieltage gezeigt haben und zwar dass wir mit 45 man in der mitte sind und den gegner durch schnelle kombinationen auseinander nehmen und nimmt man sich die stärke verstehe ich nicht was soll das bringen dass einer da außen steht ja er zieht vielleicht ein spieler mit raus aber es fehlt da drin die die anspielstation habe ich nicht verstanden dass er das tor gemacht hat hat mich sehr gefreut klar wenn dann ist dann rückt er natürlich auch ein bisschen ein war ja auch erste halbzeit hat er viele ballkontakte gehabt aber ich verstehe die taktik nicht von nagelsmann sage ich euch ganz ehrlich ist für mich nicht begreiflich weil dafür haben wir mats ruhe aber nein dann spielten mats ruhe oder ansonsten auch ein paar war rückte rück dann da in die mitte rein anstatt dass es ein teil macht der teil steht außen und verhungert machen wir auf anderen seite auch nicht verstehe ich nicht also i don't know hat mich jetzt noch in kein spiel überzeugt ja in jedem spiel wo wir das gemacht haben das hat mit der union angefangen waren wir offensiv nicht so gut meines erachtens nach tell würde ich würde ich eine drei geben wie gesagt hat für mich hat da keine fehler gemacht das tor gemacht waren super schade dass ausgewechselt wurde habe ich auch nicht verstanden war für mich um längen besser wie müller und knabry fand ich sehr schade verstehe ich auch nicht deswegen nagelsmann war für mich total ausfallen mühsala mühsala würde ich bei einer ja aufgrund der zweiten halbzeit will ich ihnen drei geben aufgrund der ersten halbzeit wir war auch ein total ausfall war kaum ins spiel eingebunden wenn dann auch ballverlust der zweite halbzeit hat ein bisschen platz gehabt war ein bisschen besser eingebunden im spiel hat er mir gut gefallen knabry sehe ich bei einer vier minus das ist gut gut gemeint normalerweise müsste man ihn mit einer sechs vernichten aber ich habe mir das abgewöhnt so von daher sagen wir mal vier minus knabry habe ich wünsche gesagt war total ausfall kann mich nicht an einen zweikampf erinnern den er gewonnen hat offensiv ich kann mich nicht an einer an eine aktion erinnern wurde den ball mal vernünftig zum mitspieler gebracht hat dann das dingen ja den musst du machen aber habe ich von schon gesagt ja wenn du so ein schlechtes spielmaß wo willst du das selbstvertrauen hernehmen um die dann auch einfach reinzuschieben müller würde ich auch bei einer vier sehen müller war auch gar nicht präsent war einfach gar nicht gar nicht da müller als neuner denke ich mal das experiment kümmer streichen hat sich ja dann ab und wann abgewechselt mit knabry ja kann man aber oder muss man aber auch als trainer sehen ja muss man als trainer sehen und dann muss ich zur halbzeit reagieren dann muss ich zur halbzeit einfach sagen ja ich nehme entweder müller raus und knabry raus meinetwegen jetzt ist auch zur halbzeit rechtfertigen können müller rauszunehmen der war bis erste halbzeit auch schlecht und jetzt gesagt ich stelle jetzt vorne die jupe ein oder dem mann wie auch immer ja hat er nicht getan ja ist halt so auswechslungen sané in der 61. und stanisic den 61. stanisic habe ich nicht verstanden den wechsel zell gegen sané habe ich auch nicht verstanden den wechsel wie gesagt knabry war total ausfall und müller auch total ausfall in meinen augen habe ich beide nicht verstanden die wechsel für mich völlig sinnfrei keine ahnung ich hätten kimmig gewechselt auf jeden fall ich denke kimmig hat man heute gesehen dass er auf jeden fall mal spielpause braucht hätte man sabitzer verbringen können und dann gravenberg wäre alles gut gewesen und man hätte halt den sané bringen können für knabry oder für müller in meinen augen teller hat es bis dahin gut gemacht und ich denke wir auch weiterhin bereicherung gewesen weil es sei jetzt nicht so aus als wenn er nicht noch 30 minuten gas geben könnte weil er war der der gas gegeben hat vorne ja sané war ein zwei drei aktion aber wir haben dann halt einfach auch nicht mehr nach vorne gespielt muss man fairerweise sagen wobei man auch sagen muss dass selbst ein sané das nicht getan hat so die ersten zehn minuten ja wenn er dann noch mal so am ball war hat er schon versucht nach vorne zu spielen aber dann so ab der 75 hat selbst ein sané gesagt und ich spiele den ball jetzt lieber wieder nach hinten bespieg ich mir nach vorne what the fuck geht nicht immer ein schädel rein ganz ehrlich nicht dann ist es ja mein gott dann ist es ja das gemacht was er kann hat zwei dreimal mit sie war beziehungsweise ein zweimal wirklich gefährliche chancen zugelassen über seine seite hat mir nicht gut gefallen von daher bild sage ich auch dass der wechsel sinnfrei war in meinen augen dass man ein bisschen spielzeit geben möchte ja kann ich verstehen aber es ist jetzt nicht so dass matz ruhig schlecht war weiß ich nicht und ich denke nicht dass einer von beiden gegen basse auflaufen wird also muss man da auch nicht von belastungssteuerung reden chupo chupo auf dem platz wirklich ich meine kam er 69 wir haben 95 minuten gespielt er war 25 minuten auf dem platz über 26 minuten hat man nicht wirklich festgestellt dass er auf dem platz war denke das sagt alles aus rein gravenberg kam in 81 mit mannen 81 wie sagt man ja hat eine aktion sogar noch mal gehabt das war auch glaube ich dann der einzige ball den wir nach der 81 noch in die gegnerische gespielt haben ja was soll man da bewerten dasselbe beim gravenberg tut mir ein bisschen leid für die jungs wie gesagt meines erachtens nach kann man die erste halbzeit so nicht auftreten in einem heimspiel da muss man vollgas geben und nicht dieses wir spielen so mit 60 prozent leistung und gucken mal ob das reicht das hat mich sehr enttäuscht wie gesagt irgendwo dass das unterbewusst bei dem spieler da ist zwischen inter und barcelona kann ich nachvollziehen aber dafür ist ein trainer da trainer team da ja und wenn man dann so eine leistung sieht auch wenn wir dann glücklich in führung gehen ja gut was heißt glücklich aber wenn wir dann in führung gehen und gehen dann in die pause ja da muss halt da muss ein bild da muss eine ansage kommen und da muss das brennen nach der pause aber selbst das war nicht der fall da war da wurde es noch schlimmer ja guckt euch nur die kimmich szene an da kann er froh sein dass das freistoß gefiffen wurde man kann doch nicht sagen oder hat mich einmal kurz berührt ich schmeiße mich auf den boden im ein im eigenen 16 meter raum was ist denn los mit dem typen alter und davor auch schon zwei so zwei drei so zwei kämpfe so pomadisch dahin und i iti di iti al to beddy also ja er hat ihn gleich einem trikot gezupft ja hat man gesehen in der wiederholung hat er glück gehabt machen wir uns nichts vor ja trikot ziehen ist normalerweise gelbe karten aber die gibt es eh schon nicht lange nicht mehr wie gesagt kann man so in so einem verhalten kann man da nicht an dieser position an den tag legen ja und das hat sich durchgezogen heute über kimmich über von sie teilweise auch musala das geht halt nicht ja da hat man halt gesehen es fehlt einfach es fehlen 15 prozent keine ahnung woran es liegt ja das ist meine meinung und ja ich denke wir haben gekriegt was wir verdient haben und ich denke ja da muss jetzt ein bisschen mehr coaching kommen sage ich euch ganz ehrlich weil es war heute wieder so wie die letzten spiele schon wir haben nehmen wir mal oder wie der kopfe hinter was ähnlich ja wir haben ein stiefel gespielt man hat gesehen es war nicht ganz so gut immer so der letzte pass ins letzte drittel hat gefehlt was heute auch der fall war und trotzdem haben wir das 90 minuten durchgezogen ein und denselben stiefel das geht in meinen kopf nicht rein sage ich euch ganz ehrlich habe ich letztens auch schon gesagt wie gesagt dass außen einer steht und wartet und guckt und sich tot langweilt das verstehe ich schon nicht weil auch heute haben wir gesehen wenn es gefährlich wurde war es durch die mitte schnelle kombination durch die mitte da waren wir gefährlich und entel hat eine ähnliche ball behandlung wie musala und dann dann ist er bestimmt fähig das zu machen dass müller das nicht kann und dass müller heute wieder das spiel gerade erste halbzeit teilweise hardcore verschleppt hat indem er erstmal euch immer den ball an ich gucke mal mich einmal im kreis tritt nochmal drauf und dann ach nee jetzt ist vorne natürlich alles zu spiel ich den ball nach hinten oder quer super schwierig müller kann ja echt wichtig sein für die mannschaft wenn es um pressing und so geht ansagen was heute auch unterirdisch schlecht war das einmal ganz klar gesagt wir haben nicht einmal einen ball erobert durch pressing heute ja ansonsten ist müller wenn wir so spielen wie wir spielen da vorne fehl am platz sage ich euch ganz ehrlich wie es ist habe ich schon in den letzten spielen teilweise gesagt müller ist super wenn es darum geht irgendwelche räume zu finden die nicht da sind und so was aber wenn es darum geht irgendwie schnelle kombinationen irgendwie zu spielen da ist der müller teilweise überfordert in meinung weiß ich nicht und wenn es dann so ist ja da muss man ihn halt einfach mal zur halbzeit auswechseln das kann doch nicht so schwer sein ja wir reden davon dass wir ein super kader haben ein super spieler hinten dran ja das verstehe ich auch unter coaching da muss der nagelsmann jetzt endlich mal langsam eier zeigen und er muss jetzt auch mal anfangen ja war sein stempel aufzudrücken ja und wenn das so seine spielweise ist ohne richtigen neuner was völlig okay ist ja ist ja nicht so dass wir gar keine chancen hatten oder sowas ja aber da muss man auch einen plan b haben und nicht immer ein stiefel 90 minuten durchspielen ob das jetzt klappt oder nicht man muss sich nicht nach dem gegner richten aber man kann ja auch mal ich meine wir haben heute auch wieder nicht russiert müller und knabry haben sich mal abgewechselt das war alles da wollen die mir erzählen intel kann nicht mal vorne spielen teil kann nicht mehr auf der 10 spielen warum wechselt man das nicht alle 15 minuten durch das einfach mal ein bisschen was verwirrt wird da nein wir spielen alles eine posi sagt und entweder ja oder nein ja und heute war es nein und auch zu recht war es nein auswärts alles gut kann man über so eine leistung meinetwegen darüber hinweg sehen zu hause ist so eine leistung ein witz ja erst recht obwohl die stimmung da war die fans waren super da erste halbzeit auch zweite halbzeit und dann liefert man in der ersten halbzeit gerade die ersten 30 minuten so ein rumgegurke ab das ist traurig und das hat nichts damit zu tun dass stuttgart ist gut gemacht hat oder dass stuttgart jetzt so der schwere gegner wäre man hat das gesehen wo wir mal zweite halbzeit zehn minuten gas fußball gespielt haben hat man gesehen was was gewesen wäre wir hätten die auch genau wie bochum 6 7 0 aus dem stadion geschossen wenn wir mal ein bisschen normale leistung gezeigt hätten und mal ein bisschen ehrgeiz gezeigt hätten haben wir aber nicht und deswegen ganz zu recht auf die fresse gefallen ganz zu recht und gut ich habe fertig rot weiße grüße gehen raus ich bin sehr gespannt auf das spiel gegen bars habe wenn ich so die letzten drei spiele nehme und so die letzten ergebnisse vom barca nehme ja wird mir ein bisschen mulmig sage ich euch ganz ehrlich nach den ersten spielen war ich jetzt schwer begeistert von unserer mannschaft auch noch nach dem gladbach spiel auch union fand ich noch okay klar es war jetzt nicht so die super leistung aber auswärts gegen union und so die ist echt gut gemacht haben fand ich völlig okay inter war für mich schon starker abfall der leistungs grenze die wir haben obwohl das spiel dann zwei nur gewonnen haben und heute war es dann wirklich der tiefpunkt und bin sehr gespannt vielleicht war es im richtigen moment und das knallt jetzt richtig innerhalb der mannschaft und man zeigt dann gegen bars ein anderes gesicht aber ganz ehrlich unser tägliches brot ist die bundesliga und wenn ich sehe dass wir keine ahnung ich habe auch keine ergebnisse gesehen ich kann mal kurz gucken ich hätte gesehen dass dortmund 3 0 hinten lag machen wir mal tabelle wir sind sogar tabellen erster oder was geht das denn ich blende euch das mal ein naja man kann auf jeden fall nicht sagen dass es nicht spannend ist in der bundesliga um das vielleicht noch mal festzuhalten aber bevor ihr gleich die musik umschwingt starte ich die nummer neu 12 12 12 12 12 12 frei gespielt natürlich erst morgen union spielt erst morgen aber gut dann sind wir maximal dritter also hat alles andere anscheinend ja auch verloren hat also alles für uns gespielt aber wie gesagt für mich für mich persönlich es ist super schön wenn wir in der champions league schöne spiele haben in der champions league weit kommen aber für mich ist es an erster stelle steht immer noch die bundesliga das mag jemand anders sehen für mich ist das so wenn wir in der bundesliga so eine leistung zeigen wie wir sie heute gezeigt haben ist das für mich in meinen augen trauerspiel wäre es recht weil so eine leistung so eine leistung zu hause war das geht nicht ja und ja das ist meine meinung das tägliche brot ist bundesliga und nicht die chemis sieg das kann highlight sein alles gut aber ich denke man hat heute bei einigen spielern schon gesehen dass sie nicht zu 100 prozent da war neben kemich neben müller die waren beide schon mal so weiß ich nicht glaube wir gehen schon mal ein bisschen auf sparflamme das hat mir nicht gut gefallen wirklich nicht und knabry knabry hat wirklich viel versucht und so war bemüht vielleicht fehlt ihm einfach der rhythmus die spielpraxis kann gut sein war super unglücklich wie gesagt aber da muss man noch selber schützen und muss ihn dann halt einfach mal auswechseln meines erachtens nach erst recht wenn es ein spiel ist was halt so läuft wie es gelaufen ist ja wenn das 3 0 steht ja gut dann lass doch zwei da vorne rum gucken dass sie ihre spielpraxis finden ihre form vielleicht finden alles gut aber doch nicht wenn das spiel 1 0 steht oder 21 steht dann musst du halt reagieren damit das ding erst mal safe ist und wir das dinge gewinnen dann kannst du von mir aus auch zwei drei spieler auf dem platz lassen die nicht gerade so top form sind damit die ein bisschen besser reinkommen alles gut hat jeder verständnis für aber das tägliche brot ist die bundesieger gut naja schauen wir mal mittwoch ich bin sehr gespannt ich meine dass wir es können haben wir die ersten spiele gezeigt ja nehmen auch union dazu ich bin sehr gespannt es wird halt die erste mannschaft sein die wirklich viel offensiv power hat bisher haben wir gegen kein gegner gespielt der viel offensiv power hatte heute gegen stuttgart hast du gegen stuttgart zwei toren christ ist schon schon wirklich beschämend wenn man sieht was die für eine offensiv haben wir hatten davor drei tore geschossen oder vier oder was ja vier wie man sieht ja das wird der erste wirkliche prüfstein sein und bin ich gespannt es könnte ein sehr interessantes spiel werden mit vielen toren auf beiden seiten ja ich möchte ich kann keine vorhersage machen aktuell ist bei uns gerade der trend auf jeden fall abwärts bei ihnen ja bei inter was schon abwehrt jetzt ist es noch weiter abwärts gegangen von der leistung her und ich bin sehr gespannt ob jetzt die kurve wieder genommen wird ich meine sechs spiele drei siege bei unentschieden ist ja für die meisten mannschaften in der bundesliga okay für uns es ist nicht bayern würdig sind wir ehrlich wie es ist ich meine wenn köln gewinnt sind wir auf ein level mit köln und das mag sich hochnäsig anhören das ist nicht unser anspruch und noch mal für mich zählt erstmal die bundesliga wenn wir in der bundesliga gut sind dann können wir auf die cheminsieg schauen und uns über bonusspiele freuen ja aber nicht umgekehrt also sobald ich das gefühl kriege wir schenken in der bundesliga die spiele weg wegen ihren cheminsieg spiel was ich heute das gefühl hatte sag ich euch ganz ehrlich gerade die letzten 20 minuten wo man dann nicht noch mal gesagt hat kommen wir geben jetzt noch mal vollgas wir machen jetzt eben ein zwei hütten dann ist das ding gelaufen nee und das haben wir auch die ersten 30 minuten nicht ausgestrahlt ja und ja das macht mich sauer traurig und ja warten wir mal die nächsten zwei drei spiele ab ich bin sehr gespannt was dann passiert oder nicht passiert möchte da jetzt noch keine mutmaßung aufstellen soll nun aber rot weiße grüße leute lasst euch nicht die laune verdämen es war nun unentschieden alles gut gegen stuttgart passiert halt mal nichtsdestotrotz denke ich muss man da mal den finger jetzt mal ordentlich in die wunde legen das habe ich hier mit meiner meinung getan das kann der ein oder andere von euch gerne anders sehen schreibt sie gerne in die kommentare und dann freuen wir freuen wir uns auf das spiel am mittwoch und auf das wiedersehen mit levy und ich bin gespannt ob levy uns zwei drei einschenkt oder nicht so i don't know es wird sehr interessant werden heute rot weiße grüße gehen raus bleibt gesund wer bock hat wir hören uns dann am donnerstag morgen wieder